Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Learning by Watching. Und ja, heute gucken wir uns mal die O-Deklination an. Das ist jetzt sozusagen das letzte Video, was ich zu den Deklinationen mache. Ich habe jetzt so eine Remake-Serie sozusagen gemacht, wo ich mir nochmal jede Deklination einzeln angeguckt habe und nochmal mit ein paar Beispielen versehen habe. Und ja, falls das das erste Video ist, was ihr jetzt über die Deklination auf meinem Kanal geguckt habt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr euch mal auch die anderen Videos anguckt. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal direkt an mit dem Video. So, jetzt gucken wir uns erstmal die Tabelle an. Von der O-Deklination. Wir haben hier jetzt mal ein ganz typisches Wort für die O-Deklination. Ich versuche meistens immer so ganz typische Wörter rauszusuchen, die meist eigentlich immer verwendet werden, sozusagen, dass man immer so eine Art Vorlage hat, an der man sich immer, ja sozusagen halten kann. Und jetzt gucken wir uns jetzt erstmal den Singular an. Im Nominativ Manus, im Genitiv Manus, im Dativ Manui, im Akkusativ Manum, im Applativ Manu, Nominativ Plural Manus, Genitiv Manuum, Dativ Manibus, Akkusativ Manus, Applativ Manibus. Ja, also ich finde persönlich, dass die O-Deklination die schwerste Deklination ist, da sie für mich irgendwie, ja, kein System hat. Klar, es hat schon ein System sozusagen in sich, aber ich finde es persönlich am schwersten, mir eben diese O-Deklination immer wieder zu merken, da die O-Deklination auch sehr, sehr, wirklich sehr selten in Texten drin vorkommt. Klar, bei dem Wort Manus, also die Hand, die Hand, die kommt schon manchmal in Texten drin vor, jedoch gibt es nicht so ganz viele Wörter, die zu der O-Deklination einfach gehören. Genau deswegen finde ich es etwas schwieriger, sich das sozusagen zu merken. Und ja, jetzt kommen wir nochmal zum Beispiel Manus, Markum, Nekat. Hier wieder alle Satzteile bestimmen. Manus haben wir ja gerade eben gesehen, kann relativ viel sein, aber wir gucken uns erstmal die anderen Teile an, damit wir so ein bisschen vielleicht das Ausschlussszenario sozusagen, ja, bestimmen können. Markum ist Akkusativ Singular, Nekat ist das Prädikat, also er, sie, es tötet. Hier haben wir jetzt außer halt Manus kein Subjekt drin, von daher würde ich auf jeden Fall immer darauf schließen, dass Manus das Subjekt ist. Und wenn man das nochmal versucht zu übersetzen, also das Prädikat zu übersetzen mit dem Subjekt sozusagen, die Hand tötet und dann eben mit dem Akkusativ Objekt, die Hand tötet Markus, also im Prinzip die Hand tötet, wen oder was tötet die Hand Markus, ganz einfach, ein ganz einfaches Akkusativ Objekt. Von daher denke ich mal, ist das jetzt kein schwieriger Satz. Klar, man muss immer bei Manus aufpassen mit dem Kasus einfach, weil es so viele Möglichkeiten bei vielen Optionen gibt, bei vielen Endungen gibt. Und ja, aber ansonsten denke ich mal, dass das kein großes Problem für euch darstellen sollte, da es eben sehr selten in Latein ist. Und wenn, dann seid ihr jetzt gewappnet, da ihr jetzt alle Endungen von der EU-Deklaration kennt. So, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder über ein Abo freuen. Bei Fragen kannst du dich mal gerne in die Kommentare stellen, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.